Drei coole Fakten zum Spiel Saarbrückenferl, die du noch nicht kanntest. Erster Fakt, Kasim Rabihic, ihn hier kennen wir doch irgendwoher. Na klar, aus dem letzten Spiel Saarbrückenferl, denn er hat den Siegtreffer für Ferl geschossen. Fakt Nummer zwei, der letzte Heimsieg gegen den SC Ferl liegt verdammt lange zurück. 2009 in der damals noch viertklassigen Regionalliga West, 3 zu 1. Und das 3 zu 1 geschossen hat der eine Spieler, der sogar heute noch dabei ist, Manuel Zeitz. Und der dritte Fakt betrifft ihn hier, Mike Franz. Für Mike Franz könnte das Spiel gegen Ferl sein erstes Spiel in blau-schwarz seit dem 10. Mai 2008 werden. Damals hat er alle drei Tore gegen Ida Oberstein geschossen. Und das ist besonders, denn zwischen beiden Spielen liegen dann 14 Jahre und ein Monat. Und das ist ein neuer FCS-Rekord für die längste Zeit zwischen einer Rückkehr. Bislang war der Rekordhalter Wolfgang Seele mit zwölf Jahren. Für mehr spannende Fakten zum FCS folgt einfach mir und dem FCS-Blog.